Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir Mittwoch, den 17.09.2014, es ist 20.59 Uhr ganz genau. Wir senden anderthalb Stunden später als gewohnt und das hat einen Grund, nämlich die FED-Leitzinsentscheidung, die wollten wir abwarten um 20 Uhr, dann kam um 20.30 Uhr die FED-Pressekonferenz mit Janet Yellen und damit wir hier, wie gesagt, die neuesten Entwicklungen mit in dieses Video packen, senden wir daher ein wenig später. Nun, die Ankäufe der Anleihen wird vermutlich seitens der FED im Oktober beendet werden, allerdings ändert das nichts an der grundsätzlichen Haltung der FED, wie hier betont wird. Die Zinsen sollen noch für eine beträchtliche Zeit, Klammer zu, Zitat, niedrig bleiben. Und der Arbeitsmarkt muss sich erst vollständig erholen. Das ist so ein klassisches Muster, egal wie gut sich der Arbeitsmarkt im Prinzip erholt. Janet Yellen pocht immer wieder darauf, dass sich der Arbeitsmarkt doch noch ein wenig besser erholen sollte. Klar werden jetzt die Anleihenaufkäufe beendet, allerdings, wie gesagt, ändert das nichts an der grundsätzlichen Haltung, an der grundsätzlichen Geldpolitik der FED. Das wird prinzipiell erstmal in den Aktienindizes positiv aufgenommen. Der Dow Jones nach einem kurzen Abstecher nach unten auf 17.082 Punkte, also hier ging es 90 Punkte nach unten, konnte sich dann wieder 90 Punkte erholen, ein neues Allzeithoch hier generieren von 17.176 Punkten. Und jetzt wird es natürlich interessant zu sehen sein, wo wir schließen. Momentan sieht alles danach aus, so wie sich die Kerzen hier erstmal zeigen. Und das ist, wie gesagt, eine vorläufige Prognose, da wir die Tageskerzen nicht kennen, dass wir hier Bulle schließen sollten. Es wäre negativ erst dann, wenn wir hier unter 17.084 Punkte fallen. Dieses Momentum-Tief hat eine hohe Bedeutung. Das heißt, aktuell wird maßgeblich gesehen, dass die FED an ihrer lockeren Hand nichts ändert, auch wenn die Anleihenaufkäufe auslaufen werden. Auch der S&P zeigt sich bullisch, kurzer Abstecher nach unten hier, aber auch da sind wir kurz davor, ein neues Jahres- und Allzeithoch zu generieren. Momentan bleiben wir hier ein bisschen zurückhaltend. Unter 2013 Punkten ist das Ganze noch relativ wackelig. Wir haben hier ein Zwischentief ausgebildet. Wenn wir diesen übergeordneten Punkt 2 aus markttechnischer Sicht eben brechen, über 2013 und vor allem auf Tagesbasis darüber schließen, dann wäre das ein sehr positives Signal und dann sollten wir weiter steigende Kurse sehen. Ähnlich wie beim Nestic auch der konsolidierte, bevor er dann nach oben schoss. Auch hier wird es interessant, ein Allzeithoch ist nicht in Sicht. Das hatten wir ja, glaube ich, zur Dotcom-Blase. Da gab es noch ein wenig höhere Hochs, aber interessant wird natürlich nochmal der Bruch hier der 4.115er Marke. Denn dann würden wir ein neues Jahreshoch zumindest machen und das bullische Momentum fortsetzen. Auf dem übergeordneten Chart sieht das durchaus positiv aus. Und ich habe es ja schon gesagt, solange wir hier nicht unter dieses Letzte hochfallen, sieht das Ganze noch nach einem Pullback aus, in einer soliden Korrektur, einer durchaus sehr langen Bewegung. Alles in allem muss man sagen, durchaus hier positiv, wie die Aktienindizes reagieren. Auch der DAX kann leichte Zugewinne verzeichnen. Wir sind über 9.700 Punkten. Damit hat er hier wiederum das Potenzial, bis in den Bereich von 9.800 zu laufen. Wichtig ist eben nur der Tagesschlusskurs, weil es bringt uns nichts, wenn er jetzt kurz hochzieht und dann einen ganz, ganz langen Docht nach oben stellt und dann sehr bärisch schließt. Also solange er über 9.528 Punkten bleibt, ist er weiterhin im Aufwärtstrend. Wichtig ist noch untergeordnet, dass er über der 9.700er bleibt, damit das Long Impuls gewahrt wird. Gold zeigte sich überraschend bärisch. Hier in dem Fall ging es nach unten, 10 Dollar. Ist ein wenig überraschend, denn unabhängig jetzt von dem Ende der Anleihenankäufe, das war zu erwarten, kam es hier durchaus für meine Verhältnisse zu einer leichten Überraschung, eben, dass besonders betont wurde, dass diese Aktion nichts an der Grundsätzlichkeit der Politik, die die FED betreibt, ändern würde. Und dass da Gold, wie gesagt, ein wenig negativ reagiert, da hätte ich eigentlich gedacht, dass wir durchaus ein positives Momentum sehen. Momentan kleine Seitwärtsphase zwischen 1.245 und 1.225 US-Dollar. Die nächsten Impulse sollten sich hier dann ergeben, wenn wir die Range, diese kurzfristige Seitwärtsphase, also hier beispielsweise auf dem H4-Chart, kann man aber auch auf dem H1-Chart betrachten, brechen. Momentan daher seitwärts im kurzfristigen Gold-Chart. Wenn wir uns den Euro-US-Dollar anschauen, hier ging es bergab. Hier testeten wir die wichtige Monats EMA 200 und dann letztendlich fiel der Euro-US-Dollar hier um 75 Pips. Durchaus überwiegt hier, wie gesagt, die Interpretation vermutlich, dass die Anleihenankäufe enden. Nichtsdestotrotz, noch ist der Euro-US-Dollar ja in einem Short-Markt. Wir sind lediglich in der Seitwärtskonsolidierung. Hier tut sich momentan wenig. Bullischer wird es erst dann, wenn wir hier vor allem über diese Trendlinie ausbrechen können. Das wäre ein erstes Signal. Viel wichtiger wäre die 1,3030. Erst dann ergibt sich Potenzial bis in den Bereich von 1,3130. Der australische Dollar, US-Dollar, kurze Volatilität, pendelt hier am 61,8er Retracement der Wochenbewegung. Und auch da haben wir jetzt eine durchaus gute Unterstützung gefunden. Aber der australische Dollar ist weiterhin schwach, kommt hier durchaus stark unter Druck. Das sieht man auch beispielsweise im NZD Japanisch Yen, also die Rohstoffwährungen heute leicht unter Druck. Und jetzt sind wir, wie gesagt, kurzfristig hier eigentlich mehr oder weniger gefangen. Zwischen diesen zwei Retracements, zwischen dem 50er Retracement und dem 61er Retracement geht es im australischen Dollar, US-Dollar hier unter, merklich unter das 61er Retracement. Dann ist das negativ zu werten. Und die nächste Station wäre dann in dem Fall hier um die 50 Pips tiefer, beziehungsweise im Bereich der 0,8890er Marke. Wir können natürlich nicht alle Werte besprechen. Vorab natürlich noch den Euro-Yen, der hier auch noch sehr interessant ist. Wir hatten ja hier mal mit dieser Long-Position durchaus den Treffer gelandet. Und jetzt ist es so, dass er über 130 Pips infolgedessen ansteigen konnte. Untergeordnet ist es auch sehr, sehr interessant. Wenn wir hier auf dem M15-Chart uns das Ganze angucken, dann haben wir zwei Momentum-Extreme. Einmal das Tief im Bereich der 139 14er Marke und einmal im Bereich der 139 60er Marke. Geht es über die 139 60er Marke, sollten wir hier, wo ist mein Pfeil, sollten wir hier weiteres bullisches Impuls sehen, sollten wir weiterhin ansteigen. Der Australisch-Toller-Japanisch-Yen, in dem Fall ist hier auch noch weiter. Ich habe die Trade-Level jetzt ausgeblendet. Wir sind noch Long-Positioniert, das ist alles soweit in Ordnung. Kann ich von mir aus morgen einblenden, darum geht es jetzt auch gar nicht, weil sonst haben wir hier zu viele Linien. Der momentan pendelt hier zwischen der guten Unterstützung, dem Pullback-Niveau bei 96,43 und dem gestrigen Vortageshoch hier bei 97,50 japanischen Yen. Hier gibt es erst neue Impulse, wenn wir vor allem über dieses Momentum hoch ansteigen können. Und das wäre dann gleichzeitig auch eine untergeordnete Trendbestätigung. Also geht es über die 97,55 oder über die 97,55er Marke, also knapp 97,50 japanische Yen eben hier, mehr oder weniger. Also er muss halt dieses Widerstandsniveau hier aushebeln. Deswegen, ob man jetzt die 50 oder die 55 nimmt, ich würde tendenziell fast sogar höher gehen und auf die 55 gehen, hat man hier ein Long-Signal. Ganz klar und untergeordnet und dann wäre die nächste Station, wenn wir denn dieses Long-Signal kriegen, hier oben die 98,25er Marke. Aktuell ähnlich wie der Euro-Yen pendelt hier zwischen den Extremen, die durch die Fed-Pressekonferenz erzeugt worden sind. Wichtig sowas, solche Momentum-Extreme, weil die liefern in der Regel auch die nächsten Signale. Weitere Updates werden dann morgen erfolgen, wiederum pünktlich. Achten Sie da vor allem auf das britische Fund jetzt schon und auf den UK 100, denn morgen stimmen die Schotten ab in dem Referendum, mit dem Referendum über die Unabhängigkeit. Und da wird es, wie gesagt, durchaus sehr, sehr interessant. Freitag erwartet uns dann natürlich im DAX der dreifache Verfallstag. Das, wie gesagt, war es von meiner Stelle aus. Morgen mehr dann von mir. Und bis dahin sage ich Good Trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.